Ich weiß nicht, wer mir da oben geholfen hat, aber ich find's eigentlich ganz cool. Ich will mich bei dem mal bedanken. Hallo. Nicht schlecht. Pfeile voll, das ist okay. Vorräte, die nehmen wir mit. Hat einen guten Job gemacht. Doch, muss ich ihm lassen. Aber es war kein mongolisches Gebiet. Also von daher ein bisschen schwierig. Hat er irgendeine Tussi nicht gesagt? Ja, hier Kränen und so ein Shit. Autsch. Komm ich da hoch, soll ich da hoch, will ich da hoch, darf ich da hoch? Sieht so aus. Nach oben. Der braucht ganz schön lange, ja? Leder. Aha. Na dann. Schick, schick, schick. Richtung Küste, eigentlich sieht alles irgendwie relativ, ja. Sieht alles relativ simpel aus. Sieht jetzt nicht so aus, als müsste ich da irgendwo hin. Also von daher weiß ich halt auch nicht ganz. Da ist noch ein Leuchtturm, aber da waren wir ja schon. Vielleicht ist da oben noch was. Lager der Überlebenden. Ja, hier gibt's garantiert keine Mongolen. Hoffe ich zumindest. Darf ich euch helfen, mein Herr? Rüstungsfarbe. Ach, des Reisenden. Ja, ist eigentlich ganz cool. Hoho, mackelloser Krieger. Sieht ein bisschen lustig aus. Äh, nee, ist nicht so meins. Rüstung unentdeckt. Ja, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Der Kinomo ist auch nicht schlecht. Auch wenn ich den, ähm... Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Danke. Ich helfe immer gern, mein Herr. Was gibt's denn hier noch? Ich sage es euch. Der mongolische Kaiser hat seinen Thron auf dem höchsten Berg am Mittelpunkt der Erde. Ihr habt wieder entschieden. Ich verarbeite Metall, Holz und Stoff. Das ist alles, womit ich zur Zeit dienen kann. Wie viel Eisen habe ich? Alter, 155 Eisen. Ich will mal was gucken. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was verkaufen. Da gibt mir ja Vorräte dafür. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir 155 Eisen brauchen. Damit kann ich gut arbeiten. Leinen. Dann verkaufe ich auch mal 34. Dann haben wir noch 150. Damit kann ich viel anfangen. Eibenholz, Raubtierfell auf keinen Fall. Die sind recht schwierig. Fernkampfwaffe. Nein, ich will... Verbessert, verbessert, Schwerabpfeil. Ja, ist ja gut. Ich will doch einfach nur mal was gucken. Dafür brauchst du Raubtierfell. Okay, schnell Feuerwaffen. Kuhnall, fertig, Rauchbombe. Brauchen wir Raubtierfell. Raubtierfell, okay. Aber wir haben wieder einiges an Ressourcen. Das ist doch schon mal gut. Und damit können wir doch arbeiten. Er chillt sein Leben. Ist ja okay. Das unten sieht auch nicht nach irgendwelchen... Gebieten aus. Obwohl da unten noch was ist. Da will ich auf jeden Fall noch immer hin. Wie weit bist du denn mit deinem Aufräumen, Blub? Aua. Fuchs. Ho, ho, ho. Rie, da alle mit. Fuck. So, weg mit ihr. So, Fuchs. Wo geht's denn lang? Jetzt räume ich nicht rum. Blöder Gaul, ich tue dir ja nix. Alter, was ein Sprung. Okay, ich hab's auch nicht... Ich hab's auch besser gut hingekriegt. Super. Next one. Ah, warte mal. 36, ne? Gut, muss gucken, ob ich das noch irgendwie... Super. Warte mal. Ich wollte doch eigentlich da runter zu diesem Lagerfeuer. Weil das sieht für mich auch noch... Es wird wahrscheinlich kein mongolisches Gebiet sein. Da bin ich mir relativ sicher. Da gibt's vielleicht noch jemanden zu befreien. Oder eine Kleinigkeit zu entdecken. Das ist ja bei dem Spiel auch so Kleinigkeiten. Nö, denen geht's gut. Na ja, sieht jetzt nicht so aus. Was ist mit dem? Wollt der Fisch klauen? Nee, sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man hier noch was machen. Muss ja da irgendwas sein. Das willst du nicht wissen. Hast wahrscheinlich beim Aufräumen gefunden. Ja, was mach ich mit dem Biervorrat? Ah, dann trink ich mal leer. Und dann, ja... Das war's mit dem Aufräumen. Lasst mich euch von ihren Prüfungen erzählen. Sechs Bierflaschen in einem Sixpack-Karton sind aufgeräumter. Als sechs einzelne Flaschen im Zimmer rumzuliegen, weil man sie gesoffen hat. Hehehehe. Im Übrigen muss ich auch noch sagen, ich glaube, ich hab noch hier zwei Guinness-Flaschen von dir hier rumstehen, die wir beim... Die wir beim letzten Mal noch nicht ausgesoffen haben. Ich weiß noch nicht, ob ich die bis nächsten Monat aufheben soll oder ob ich die selbst trinken soll. Diese weißen Blumenfelder sind einfach ein Traum. Das ist doch wieder so ein Haikou, ne? Das ist doch wieder so ein Haikou, ne? So robust und stark. Kriegerfeld wird neu geboren. Nach Leben ringend. Ich hab mir das Gefühl, irgendwo vergesse ich was. Irgendwo ist noch ein Gebiet. Die Frage ist nur, wo. Und ob es auch ein Gebiet ist, was wir noch nicht entdeckt haben. Oder ob es wirklich was ist, wo wir, ähm... Wo wir vielleicht schon waren. Da hinten ist eine mongolische Patrouille. Da kommt er, ihr Lümmel. Aber ich fühl... Fuck! Das hat wehgetan. Lass mich raten, die Patrouille ist weg. Ach komm schon, das muss nicht sein. Aber wenn du den Zweikampf versaust, ne? Ich glaub, du musst es so lange gedrückt halten, bis der Gegner zieht. Und dann erst loslassen. Wenn du es versaust, hast du richtig... Kriegst du richtig Probleme. Also entweder ist da oben irgendwas. Oder ich weiß nicht, wo. Ich wüsste jetzt nicht, wo noch irgendwo ein besetztes Gebiet ist. Das Haus könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ansonsten würde ich einfach die Dinge abgrasen, die wir schon haben. Und gucken, ob die sich da wieder neu irgendwo eingenistet haben. Eins von beiden. Ne, das sieht eigentlich ziemlich befreit aus. Wenn auch nicht hübsch. Was hier da immer noch liegen, ist fraglich. Aber hier war ich doch noch gar nicht. Oder? Ja, wir sind doch schon halbwegs sicher. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier gerade lang gelaufen bin. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, hier. Hier ist noch ein... Hier ist noch ein bisschen was. Lager des alten Holzfäders. Das könnte noch sein. Alter, ernsthaft. Scheiß Wildschwein. Fucking Wildschwein, ernsthaft. Das hat mich voll umgerannt. Bleib stehen, du Lumpen. Dann machen wir nochmal nach rechts. Aber hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Das waren schöne Landschaften auf jeden Fall. Aber grün, Felsen, Wälder, weiße Blumenwiesen. Was kann man da viel falsch machen? Böse, Masako hat einmal gesagt... Wer einschliffst, mit Popo die kratzt, der aufpacht mit Fingern, das stinkt. Und sie sollte recht haben. Einmalen, warum man da ist, was man da. Ich hoffe, es gibt da kein Ärger, wenn ich jetzt einfach mal hier die Blumen abgrase. Also wenn ich hier jetzt nichts finde, dann weiß ich es auch nicht. Wo es noch ein mongolisches Gebiet geben könnte. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Bevor ich! Mordet! Ich bin der Schmerz! Bevor ich! Wurde er gerade von Wildschweinen besiegt. Wieder frage ich jetzt mal nicht. Eigentlich schade, weil die Wildschweine, dass die abgehauen sind. Dass ich die echt nicht getroffen habe, war echt blöd. Weil die hätte ich richtig gut brauchen können. Hier soll das Lager der alten Holzfäller sein? Das ist ganz schön klein. Rotter. Unten qualmt noch was, aber das sieht jetzt nicht nach bösem Qualm aus. Das kann auch einfach nur ein beheiztes Gebäude sein. Ich glaube, der war gerade am Kacken. Der war auch mal ein Samurai wie wir. Doch, dann hat ihn... Doch, dann hat ihn einen Pfeil beim Scheißen erwischt. Also, so einen Tod möchte ich nicht haben. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Bringt euch in Sicherheit. Der sieht nicht unvorsichtig. Ihr ehrt mich, wenn ihr dich annehmt. Gut, Mama. Können ja nicht Nein sagen. Gobra. Können ja nicht! Ich researcher will sie nicht logisch. Tschüss. Sondern. Huhuhuhu Huhuhu Na komm ja Hier bist du OJ! OJ! Hohoho Achis beri OOOH HUH 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 Ich will zwar nichts sagen, aber der hat gesessen Bei aller Liebe Schade, dass ich denen jetzt nicht helfen konnte Dem armen Händler Aber so wie es aussieht sind wir Durch Achis nur Warum fehlt da noch was Ja Ja, hat jetzt wir getan Hup Boah Tsss Ah, da haben wir noch eine heiße Quelle gesehen Geil! Nacket die Action Kann man unsere Gesundheit erhöhen Ist vielleicht Nicht unnotwendig Kriegen wir den Kopf frei Hör auf zu grübeln Jim Hör doch wenigstens einmal auf zu grübeln Super Super Frage ist jetzt allerdings Da hinten geht es noch weiter Ich suche noch ein Gebiet Wo wir halt wirklich Abgrasen können Wir sind halt immer noch bei 23 von 24 Das triggert mich halt echt hart Weil ich ja schon gerne mal gucken will wie es in dem anderen Gebiet aussieht Das war's Das war's Das war's Das war's Der kommt Ich kriege dich Lass mich entkommen Ja Der kriegt das natürlich super hin Und Diese Lümmel Alter Kino muss schmutzig wegen euch Arschlöcher Da ist noch ein Bär Den nehme ich mir mit Jawohl Fress den auf Den Lumpf Ich will zwar nichts sagen aber Er hat mir gut Arbeit abgenommen Und dann Genau so muss das laufen Wenn schon assig Dann richtig So Eigentlich unser Kino muss so langsam Wieder sauber sein Ja Was jetzt Eine gute Frage Eine gute Frage Verfügbare Verbesserungen Drei Not bad Ich versuche jetzt einfach nochmal alles in Ruhe abzuklappern Vielleicht Bin ich ja noch irgendwo Irgendwas Hier gibt's aber noch Noch'n Händler Wieso Ergeben euch geht's doch gut? Weiß nicht was die für Probleme hat Wir arbeiten alle Arten von Rüstung Etwas für jede Art von Rüstung Damit seid ihr sicher Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen Wir sehen uns wieder Äh Das ist zwar schön Aber bitte nicht Ich sehe aus Ich sehe aus Es ist doch nicht mehr normal Mal Das würde mir sogar gefallen Aber ich hätte gern Einen Verräterhut Nein Ich hätte gern mal ein dunkles Nee Der gefällt mir Der Genbu So Die Frage ist jetzt Wo ist der Nächste? Verbesserer Verbesserer Die Bogenmacherin kann mir nicht helfen Nehm ich an Ich könnte euren Bogen verbessern Lasst mich euren Bogen verstärken Der ist fällig Euch fehlen die benötigten Materialien Vorräte fehlen mir Daraus kann man doch bestimmt was machen Ich kann doch bestimmt noch irgendwas verkaufen Ich kann doch bestimmt noch irgendwas verkaufen Wie viele Pferde brachten die Mongolen wohl auf das Schiffen mit Das stimmt hundert In diesen Zeiten ist der Handel schwierig mein Herr Okay dem kann ich nichts verkaufen Ah Ärgerlich Oh ärgerlich Hier gibt es doch einen Fallensteller Sagt die Karte Der mir helfen kann Sagt die Karte Ich geh einfach hier hin Da ist ja wesentlich einfacher zu finden Da hab ich auch keine Lust mehr Daka Maka Schnaka Laka Irgendwas stand da So was hast du denn hier Seht euch an Was ich für euch tun kann mein Herr Ausgezeichnete Wahl Tut mir leid Dafür brauche ich mehr Das ist alles womit ich zur Zeit dienen kann Bis bald Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohlergehen Guuuut Würde schon mal gucken Das ist ein Legenden Erzähler ne Darf ich euch helfen mein Herr Wir werden zufrieden sein Wir werden zufrieden sein Sieht auch nicht schlecht aus ne Der Hut Flickenstroh sieht auch nicht okay Sieht auch ganz okay aus Mh Lass mich mal überlegen Wo könnte denn noch was sein Ich meine überall wo weiß es wäre vielleicht noch eine Möglichkeit Aber eigentlich Wüsste ich jetzt nicht wo es noch ein mongolisches Gebiet gibt Das muss ja dann auch schon etwas größeres Gebiet sein hier Habt ihr da vielleicht noch eine Idee Hallo Bär Ich glaube nicht dass hier sich noch irgendwo ein mongolisch äh besetztes mongolengebiet Ja man kann es übertreiben Ja man kann es übertreiben Man kann es übertreiben Man kann es übertreiben Finde ich Beim Fallensteller gibt es 4 Verbesserungen Wollen wir mal Gucken was der Was der so machen kann Meine Schwester sah noch ein Samurai Also langsam sieht es nämlich so aus Als könnten wir Jawoll Tut mir leid Dafür brauche ich mehr Danke Super So Ne ich habe Keine Ahnung wo da jetzt noch ein Gebiet sein könnte Holzfelderlager abgeschlossen Legenden erzähler Bambus Bambus Stand abgeschlossen Bambus Stand abgeschlossen Ich habe gerade jetzt Eine Geste gemacht Die ich eigentlich Ich Kannst ja nichts sagen Warum komme ich da nicht rein Komm nur durch Komm nur durch nicht rein Komm nur durch nicht rein Das sind aber generell keine Menschen Vielleicht habe ich da ja wirklich was vergessen Weil ich der Hauptstory gefolgt bin Ist es auch nicht unbedingt unmöglich Dass ich da was vergessen habe Aber ich wüsste jetzt auch nicht wie ich da hoch soll Da komme ich hoch Oder Sieht nach einem nicht offiziellen Weg aus Aber Hä Wenn wir da schon mal drin gewesen sind Da muss ich doch doch irgendwie da hinkommen Da ist noch ein Banner Okay Okay Hm Hm Ihr habt aber auch keine Ideen ne Na gut kommt ja nicht mal nein Also ich wüsste jetzt nicht wo ich noch was vergessen hätte Aber da brennt es noch Das sieht jetzt auch nicht unbedingt aus Du musst einfach nur besser werden Sagt wer Achso Achso weil ich eben gestorben bin Ja ist okay Aber ich muss doch auch irgendwie hier reinkommen Nein Ich bin ich bin nicht Ich bin Ich bin Vielen Dank.